Einen wundervollen guten Morgen wünsche ich euch und ja, es ist Morgen, wenn ich das hier aufnehme, deswegen wünsche ich euch einen guten Morgen. Wir wollen heute die IDE aufsetzen und das allererste Projekt sozusagen fertigstellen mit einer kleinen Hilfestellung, die ich gefunden habe, die euch das Leben ein wenig einfacher machen kann. Zunächst allerdings trotzdem mal ein paar kurze Worte und zwar diese Folge ist auch wieder von GetInIT unterstützt. Allerdings werden wir natürlich heute keine direkten Beispiele auf deren Webseite sehen können, weil wir einfach nur die IDE aufsetzen. Tatsächlich ist das aber auch die Art und Weise, die ich euch zeige, die auch bei den Mitarbeitern von GetInIT zum Einsatz kommt. Das heißt nicht irgendwas, was man außerhalb von einem Unternehmen nicht verwenden würde oder auch in einem Unternehmen nicht verwenden würde. Es ist einfach komplett eine kostenlose Umgebung, die man auch tatsächlich in professioneller Entwicklungsumgebung verwendet. Und genau deswegen wollen wir das mal ganz kurz durchgehen. Was wir zuallererst brauchen ist Node.js. Wahrscheinlich haben das sehr viele von euch schon installiert. Wenn ihr bei mir Webdevelopment verfolgt, dann habt ihr das schon mindestens dreimal gebraucht, glaube ich. Also für drei Reihen gebraucht. Allerdings für die, die es noch nicht haben, ihr geht auf die Seite nodejs.org und landet dann einfach direkt hier. Ihr könnt das Ding runterladen. Bei euch wird vielleicht eine andere, naja, Umgebung stehen, je nachdem ob ihr Linux oder Windows habt oder Mac oder was auch immer. Und dann könnt ihr euch einfach hier die Version runterladen. So, theoretisch reichen für uns die Sachen von der 12.16 auf jeden Fall aus. Aber wer das Neueste haben möchte, der kann sich natürlich auch die 13.8 holen. Und das Ganze ist dann in den, naja, als TAR-Ordner dabei. Beziehungsweise für Windows ist das natürlich dann eine ausführbare Datei. Wenn ihr das Ganze allerdings für Linux installiert, also für Windows einfach dann durchklickern durch eine ganz normale Windows-Installation, da ändert sich nicht wirklich was dran. Wenn ihr das für Linux installiert, würde ich euch allerdings nicht unbedingt diesen Weg empfehlen. So, wir haben hier eine wunderschöne Aufreihung unter nodejs.org und dann unter Download Package Manager. Ja, da steht quasi dabei, wie ihr das Ganze über euren systemeigenen Package Manager runterladen könnt. Und hier könnt ihr quasi euer System erstmal auswählen. In meinem Fall wäre das selbstverständlich hier ein Arch Linux. Und ich könnte dann einfach pacman-s, nodejs und npm machen. Ja, das sind zwei verschiedene Pakete in dem Fall. Und die installiere ich einfach beide. Das würde ich euch auch tatsächlich so empfehlen. Selbst für Gentoo gibt es hier eine Anleitung, für FreeBSD gibt es eine Anleitung. Es gibt quasi für alles eine Anleitung, wie ihr das installiert. Für Mac gibt es diese Anleitung hier einfach Copy-Paste ins Terminal rein und schon habt ihr alles, was ihr braucht. Allerdings, kleine Einschränkung hier, für Debian und Ubuntu habt ihr die offiziellen Binarys. Das heißt, ihr könnt das hier einfach aufmachen und findet dann hier die Binarys zum Runterladen für Ubuntu oder Debian. Das heißt, diese DEP Packages oder RPM Packages, falls ihr die braucht. Das heißt, für jedes System ist da wirklich was dabei. Das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Man kann das entweder einfach im Terminal ausführen oder sich wirklich durch die Installation durchklickern. Und für die Leute, die Windows haben, selbst für Windows könnt ihr direkt den Windows Installer runterladen. Absolut gar kein Problem. Also hier findet ihr wirklich für jedes System, was euch beliebt. NPM kommt in den meisten Fällen mit Node.js mit, denn NPM ist eigentlich genau das, was wir auch brauchen werden. Und ihr könnt, wenn ihr das Ganze fertig installiert habt, könnt ihr einfach mal ins Terminal reingehen und dort dann überprüfen, wie eigentlich das Ganze so, oder ob es funktioniert hat, indem ihr Node-V eingebt für Versionen. Das heißt, hier sehen wir meine Node-Version, die ich mal dringend upgraden sollte. Fällt mir gerade so auf. Tja, woran das liegt, kann ich euch gerade nicht sagen. Ich habe eigentlich vor ein paar Tagen Updates gemacht, aber irgendwas hat mich da wohl ignoriert. Aber selbst mit der Version 11.12 funktionierte dieses Tutorial hier ohne Probleme. Ich habe es nämlich auch schon alles gemacht. Kein Ding. Und dann könnt ihr natürlich hier NPM-V eingeben. Dann kriegt ihr nämlich auch die Version von NPM mit. Okay, absolut kein Problem. Also, das heißt, wir können hier direkt weitermachen. Und zwar mit der Entwicklungsumgebung. Also das ist jetzt quasi die Software, die wir zum Entwickeln brauchen. Und wir brauchen natürlich noch eine Entwicklungsumgebung. Die Entwicklungsumgebung in unserem Fall wird sein Visual Studio Code. Das hört sich jetzt erstmal an, als wäre es furchtbar, weil Visual Studio ist vielleicht ein bisschen geprägt von Microsoft und vielleicht auch ein bisschen geprägt dadurch, dass es sich installiert und dann nicht mehr runterzukriegen ist. Und einfach nur, keine Ahnung, das letzte Mal, als ich versucht habe, Visual Studio zu installieren, waren es irgendwie 80 GB für eine Entwicklungsumgebung oder sowas. Das war einfach nur echt insane. Wir werden allerdings nicht Visual Studio benutzen, sondern Visual Studio Code. Das ist quasi nur ein besserer Editor, den man ein wenig optimieren kann, wenn man das möchte. Und den bekommen wir genau hier. Code.visualstudio.com Einfach eure Version runterladen. Wie gesagt, mir wird hier natürlich wieder die Linux-Variante angezeigt. Aber ihr könnt hier auch die Packages für Windows runterladen. Ist auch einfach ein ganz normales Paket. Und dann eben das DEP oder das RPM-Package. Oder eben für macOS das Package könnt ihr runterladen. Absolut kein Problem. Und für Arch Linux ist das Ganze in den AORs, also in den Arch User Repositories. Und zwar gibt es hier mehrere Varianten. Ihr könnt sogar Code in den offiziellen Paketquellen mit Pac-Man runterladen. Oder in den Visual Studio Code Bin. Das ist die Microsoft-Branded-Version. Die ist halt nicht Open Source, aber das Code ist Open Source. Das könnt ihr auch benutzen. Und ja, dann gibt es eben hier noch die Insiders-Variante. Wobei ich euch die hier auch nicht empfehlen würde. Ihr könnt ja auch immer den Insiders auswählen. Ganz normal den Editor auswählen. Das ist völlig okay. Da habt ihr überhaupt kein Problem damit. So, und dann haben wir alles, was wir brauchen, um zu starten. Das heißt, was wir als erstes machen, ist folgendes. Wir öffnen irgendeinen Ordner. Und für die Windows-Leute Shift-Rechts-Klick. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, in PowerShell zu öffnen. Für die Linux- und Mac-Leute. Ich glaube, ihr müsst nur Rechtsklick machen, alle. Und dann könnt ihr das Ganze im Terminal öffnen. Und dann seid ihr schon mit der Konsole im richtigen Terminal. Äh, im richtigen Ordner, selbstverständlich. So, wir verwenden etwas, das uns das Leben erleichtert. Und zwar die, ähm, das, naja. Wir benutzen quasi ein Tool, das euch eine React-App erstellt. Okay? Das heißt, ihr müsst nicht alles von vorne machen, sondern das Ganze wird für euch aufgesetzt. Und dadurch ist es deutlich einfacher. Das heißt, zunächst einmal machen wir ein npm install-g npx oder npx. Und ja, dann können wir hier quasi einfach ein, npx ist sozusagen ein Paket, das uns erlaubt, Binarys auszuführen, die dann irgendwo halt liegen. Sowas wie zum Beispiel das Erstellen einer React-App. Wenn ihr diesen Fehler hier bekommt, dann habt ihr nicht die nötigen Rechte dafür. Dann müsst ihr Administrator-Rechte haben, was normalerweise auch der Fall ist. Das heißt, einfach sudo und dann eben den Befehl ausführen. Äh, ja, genau. Sich vertippen kann man natürlich auch regelmäßig, wenn man das möchte. Und, okay, ja, das wird so nicht funktionieren. Machen wir es so. Und dann können wir das Ganze hier einfach installieren. Und ja, mit npx, wie gesagt, können wir binäre Dateien ausführen. Eben wie zum Beispiel die tolle binäre Datei, die sich Create React-App nennt. Ja, die erstellt alles für euch. Also, die ist schon ziemlich sweet, muss ich sagen. Und da können wir einfach eingeben npx create-react-app. Und dann könnt ihr den Namen eurer App eingeben, wie zum Beispiel Projekt. Ups, Projekt 1. Okay, oder einfach nur Projekt. So, wir sind sowieso im Projekt 1 Ordner schon drin. Deswegen mache ich jetzt hier nur ein Projekt draus. Und dann könnt ihr einfach hier kurz warten. Und anschließend könnt ihr schon direkt loslegen. Das Ding ist quasi fertig für euch. Das heißt, ihr geht jetzt mit der Command-Line in den Ordner rein. Mit cd-Projekt. Und hier drin könnt ihr dann einfach sagen, Yarn Start. Und schon wird das Ding, oder npm Start sollte genauso funktionieren. Und dann könnt ihr tatsächlich hier einfach schon diesen Server laufen lassen. Wobei der sich gerade bei mir auf einem anderen Fenster öffnet, das auf einem anderen Bildschirm liegt. Ich zeige ihn euch aber, sobald es fertig geladen hat. So, bitte sehr. Hat automatisch geladen. Wenn ihr dieses Fenster schließt, ihr kommt wieder auf den Server, in die mir localhost.3000 eingebt. Dann landet ihr direkt wieder hier. Oder aber, ihr guckt einfach hier mal in eure Command-Line rein. Dann seht ihr hier localhost.3000. Das ist genau die Adresse, die ihr braucht. Wenn jemand anders, also zum Beispiel, wenn ihr es mit eurem Handy checken wollt. Und im selben WLAN drin seid. Dann geht das genauso. Und das ist das Tolle da dran. Außer ihr habt natürlich bei eurem PC eine Firewall eingerichtet für euren lokalen Bereich. Das wäre dann natürlich nicht so cool. Dann müsst ihr eben Port3000 freigeben. Aber ansonsten könnt ihr mit 192.168.045 Doppelpunkt, oder in meinem Fall 045, bei euch steht hier wahrscheinlich eine andere Adresse, könnt ihr dann trotzdem sagen, hey, ich möchte mit meinem Handy zum Beispiel hier drauf zugreifen. Was natürlich für Webentwicklung extrem wichtig ist. Denn damit kann man dann testen, wie das Ganze auf dem Handy aussieht. Und ob es da auch funktioniert. Ja, und jetzt wollt ihr natürlich den Code editieren. Das machen wir ab dem nächsten Mal. Und zwar mit Visual Studio Code. Das brauchten wir dieses Video noch gar nicht. Aber wir haben es trotzdem mal installiert. Und ich glaube, ab dem nächsten Video können wir dann richtig anfangen. Noch ein paar kurze Worte. Das solltet ihr nicht machen, wenn ihr das auch wirklich auf eurem Server ausführt. Wenn ihr es wieder abbrechen wollt, Steuerung C drücken. Wenn ihr es auf eurem Server ausführen wollt, dann solltet ihr wahrscheinlich eher npm run build machen. Oder eben yarn build. Das geht genauso. Yarn build. Und dann baut euch das Ganze die fertige App. Okay. Und das heißt, ihr braucht danach kein Node.js mehr. Sondern einfach nur noch, wenn ihr nur Frontend habt, dann wirklich nur dieses Frontend. Und das wird euch dann gebaut. Und dann habt ihr quasi fertige Skripte und alles drum und dran. Alles, was ihr braucht. Wenn ihr das Ganze testen wollt. Da sind ja natürlich auch Unit-Tests und so weiter dabei. Die wir allerdings natürlich noch nicht editiert haben. Könnt ihr das Ganze mit Yarn-Test. Beziehungsweise npm-Test machen. Ja, ups. npm-Test. Und die werden dann einfach durchgeführt. Also wir sehen es hier gerade React-Script-Test. Und wir sehen hier, jetzt wird gerade alles einmal kurz durchgetestet. Beziehungsweise wir können hier sagen, was wir machen wollen. Also ob wir alle Tests laufen lassen wollen mit einem A. Ob wir nur die Fehlgeschlagenen laufen lassen wollen mit einem F. Und so weiter und so fort. Wir machen jetzt mal alle ganz kurz. Und wir sehen hier, jetzt wird aus src-app.test.javascript werden erstmal die Tests durchlaufen lassen. Da habt ihr auch schon quasi ein Template, wie ein Test aussehen soll. Und die kann man natürlich dann auch editieren. Ist ziemlich cool. Und ja, eigentlich super komfortabel. Und im Endeffekt eben alles, was man braucht. Okay. Das heißt, wir hören uns nächstes Video wieder. Ein Dankeschön nochmal an GetInIT dafür, dass sie uns hier dieses Video erstellen lassen. Schaut da mal vorbei. Wenn ihr einen Job sucht, dann ist das einfach eine der allerbesten Plattformen, würde ich mal so behaupten. Vor allem, wenn ihr Informatiker seid, beziehungsweise in die Richtung Informatik wollt, dann ist das einfach perfekt. Und ja, dann danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.